Rhein gar nichts Achso ich hab noch ein paar Bilder Baldr Alter sieben Studenten 32 Kinder was ist das doch nicht mehr feierlich 33 33 Kinder Da wirst du ja nachher ordentlich Zuwachs haben Die Vögel durch die Weltgeschichte aber können nicht lernen Na fahr ich hab ich hab von Ich hab 95 7 33 Musste mal rein 95 So weit bist du schon Naja ich war ja vorhin schon auf 107 So ich hab jetzt 235 insgesamt Leute 49 Häuser 51 Familien heißt so viele Kinder werden nicht mehr dazu kommen Erstmal Was sagt der mir denn Low Wieso ist denn Food Low man zeig mir doch Alter ich raste sie gleich aus Da ist doch auch genug drin Also mir ist Feuer und fellow Der Träger ist schon seit Ewigkeit weg Was wird mir das immer noch angezeigt Dieses Spiel verarscht mich Ich bring mich um Ah ich brauch mehr Wendor deswegen sagt der Melo Low 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 Weil wir hier arbeiten drei Wendor weißt du Jeder Brunner ist von heute noch nicht da Ihr seid erst bei 59 Ihr seid ganz langsam Leute Nur mal jetzt zwei Arbeiter oder Komm ich gucke jetzt ein bisschen fertig damit arbeiten Los 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 Ich hab jetzt zehn Punkte noch So arbeiten wir jetzt alle vier da Stehe ich nicht Komm Hier noch So das war Brunnen Nr. 1 Jetzt alle jetzt gesagt Brunnen Nr. 2 Leute los Ein Trader oh er bringt immer neue Samen Warte mal da muss ich doch mal handeln So Wenn das werde ich mal ein koffeinhaltiges Getränk trinken Nein es ist kein Kaffee Ich muss grad rechnen Boah kacke Kann ich rechnen jetzt ey Total unkonzentriert Warum das denn? Was ist denn los? Ich hab mal neuer Samen Ja Endlich also ich muss ihn noch weggeschickt Muss ihn ja weiter schicken Warum musst du ihn weiter schicken? Ja damit der schnell abhaut Die schneller du die weggesetzte So schneller kommt die ich glaube ich auch wieder ne? Weiß ich nicht Ich auch nicht Ich sag mal was meine Frage Die ich letztens gestellte habe Wenn ich jetzt zwei Trader habe Kommt dann zweimal im Jahr ein ein Boot ich weiß es nicht ich habe immer noch nicht nachgeguckt findest du zunächst ich habe schon nachgeguckt logischerweise aber nicht gefunden versuchst du einfach ja ne momentan kann ich mir nicht leisten also von daher dafür müssen jetzt einfach meine 95 10 32 statistik muss immer wieder weggehen so und damit ist nochmal zweiter Brunnen fertig wunderbar dann macht ihr wenigstens etwas sinnvolles in eurem scheiß Leben ihr Penner so bist du nett da kommen die arbeiten und kriegen sie frei bei mir ist das bei mir ist das zoom und bewegen immer eine zeitlupe leider das nervt nicht richtig tut mir leid freunde aber ich kann leider nichts ändern noch nicht habe ich schon lange weiß aber auch nicht bei mir sind die haben die wieder nur 4 1 halb ich glaube das liegt daran ich habe glaube ich habe wieder herausgefunden mein markt ist leer und der ist deshalb leer weil er zu viel schrott wie iron tools hide code und keine ahnung was drin sind da sogar noch stahl tools da drin was hast du dritte stahl tools ja vorhin gekauft ich glaube ich musste echt mehr nahrung machen aber ich weiß nicht wie die nahrung von den kühnen die sich hier in der ganzen scheune bringen oder auch nicht die fressen das glaube ich viel zu schnell weg ich habe schon 110 eisen im trailer so was mache ich denn hier was soll man ja jetzt sagen jetzt im glückwunsch ich wollte ich musste auch mal was erzählen können ihr was immer schön ist so kühe habe ich genug ihr könnt euch mal splitten die könnte man das knospen splitten durch knospen splitten ja ja oh leute ich weiß dass die feld ist noch nicht fertig aber erntet die mal wir haben nicht genug leute das ist das was uns pünktlich schaffen das tut mir leid ihr müsst leider jetzt alles abgraben hier da hinten bitte auch und da auch so 246 7 feld habe ich jetzt ja mittlerweile ich glaube ich brauche momentan nur ein obwohl ich lasse drin die nächste krise kommt sowieso bald haben wir das noch leer wir listen habe ich vier von vier und die sammeln auch ganz fleißig jetzt gesagt ich bin gerade an der dritten schule übrigens die wird die höchste zeit haben 39 studenten die wird höchste zeit klöppelig fertig los schneller 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 wie heißt du lyon lyon schneller 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 jawohl der zweite kommt zur hilfe hier wie heißt er hovelin nicht hovelin sondern hovelin hovelin ach so ja da hat mein erster schwer eine ganz schöne ach man das wäre ärgerlich reißt die hütte zusammen reißt die hütte zusammen ja das wird jetzt echt knappig ich gucke meine Leute mir beim sammeln zu da kommen die vendor schubkarren voll mit sachen ich schaue zu wie die Bohnen erntet macht ihr schön wunderbar machst du das wer bist du denn da hin er bist du kann ich nicht anklicken warum nicht du bist elli wunderbar elli elli das gut ist ja sie haben ja hier direkt dran haben sie ja ihre ähre die storages weißt du das ist ein vorteil dadurch können ihre sachen direkt dahin tun ja ich weiß gar nicht ob ich die nahrungsproduktion weiterhin so weit weg machen soll ich habe hier zwar noch ein kleines fältchen frei oder ob ich die lieber hier unten hängen wo hin basteln soll oder hier lieber häuser hin basteln das wäre für mich vorteilhafter obwohl ich glaube schon häuser würden hier glaube ich mehr senden machen wenn du deine städte mit märkten verbindest dann ist es egal die sind ja mit märkten verbunden naja ich glaube da so egal oh ich muss ein Tieter einsteigen Tieter oh ich habe 40 Tieter Tieter oh Gott sei dank ich habe 40 Studenten ich habe 10 hab die Feinde gemacht jetzt dürfte wieder zum Labor arbeiten wie ist das eigentlich ich habe ja zwei Schulen wenn der eine Lehrer stirbt in dem seine Schüler sind gehen die Schüler dann in die andere Schule rüber das weiß ich ehrlich gesagt nicht oh ich habe 41 oh Gott sei dank die Schule ist gerade rechtzeitig fertig geworden gerade so neue Eröffnung gleich ein Kind drin aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich glaube ich lass mal ein Laborer übrig wenigstens dass ich immer eine habe einen einzigen das ist ja glaube ich wichtig da ne so nochmal schauen vielleicht noch am abfarben hier im Late Summer was solls quiet du 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 wie mach ich das wie mach ich das wie mach ich das ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich möchte schon kommen da helfen meine Schulen gleich beide voll zack 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 taht ja das kann passieren also in dem Abstand in dem Kinder geboren sind auf jeden Fall ob ich hier noch eine brücke und kann jawohl das geht wollte doch mal eine brücke hin wie die ganze fahrer hier laufen wunderbar das tut das heißt klerik Ja, mein Cleric. Cleric. Habe es ein Neu eingebaut, äh, eingesetzt. Gebt bald gebaut. Bald ja auch mein. So, und seitdem das Feld, das wieder leer ist, geht alles viel viel schneller. So, dann gehen wir zu dem Feld hier. Wie weit seid ihr hier? Los arbeitet ihr Frauen. Ich arbeite eben nur Frauen. Komisch. Ist der eine Frau? Ist der eine Frau? Vor allem, ist der eine Frau? So, ihr harvester die Apfelbäume auch. Ich glaube, hier oben mache ich alles Pastöre und Farme und so. So, dann habt ihr das auch fertig. Und dann gucken wir mal, wie sieht mir die Felder da hinten aus. Die sind auch schon abgebaut. Wunderbar, Freunde. Ich habe jetzt 24.000 Essen auf dem Konto. Ähm, wie sieht's denn dann jetzt? Wo ist denn ich? Ich habe gerade über den Weg verloren. Da ist meine Stadt, ne? Ja. Dann heißt es, wie viel Essen habe ich produziert? 13.051. Das wird nicht reichen. Noch nicht. Aber ihr habt nur noch Zeit damit was zu tun. Daher was soll's. In der Zeit, in der ihr nichts anpflanzt, dürft ihr gerne zu Fischern werden. Und als Fischer arbeiten. So, ich habe mich jetzt entschieden. Ich mache da oben jetzt nochmal Pastöre und da unten. Passt du, ich muss auch Bilder einsetzen, sonst wird das nix. Macht das. Da unten, da unten mache ich dann Häuser hin. Es geht ja nun mal nicht anders. Mo, mo, mo. Ich habe jetzt noch Fischern gemacht, die die jetzt, ne, eh nicht auf der Farm mehr arbeiten, ne? Muss ich nur im Late Winter wieder rausstellen. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich denn jetzt hier die nächste großartige Stadt aufbaue. Ja, ich habe nur hier noch genug Platz, also... Ja, ich muss mich ja ein bisschen... ...erweitern. Ja, oder so. Ah, das nervt mich schon wieder hier mit den Teichstunden. Ah, dieser Drecksberg! Ich bräuchte echt mal so eine Leute, äh, äh, so eine Menschenübersicht. Wer, wer wie alt ist. Dass man nicht immer durch die Häuser klicken muss. Weißt du, was auch noch cool wäre, wenn sie über den Fluss rüber, mal ein paar Gebäude bauen könnten, so. Ja. Aufstelzen. Du meinst... Das würde ich auch noch cool finden. Ja, das ist sehr geil. Und ich schaue meinen Fahrmann hier zu. Diese Arbeiten. Leider gehen sie nicht über die Straßen, weil sie doof sind. Ich glaube, genau hier setze ich den Martin. Bob. Hier hinten muss ich eh Brücken hinbauen. Was. Was. Wär. Teacher. Taylor. Ach ja. Ah, jetzt habe ich auch genug Feuerholz fürs Erste. Ich habe jetzt 1025. Und es läuft weiter wunderbar. Ah, mein Blacksmith ist tot, was? Achso, er wurde gleich ersetzt. Gut, 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 gut. Gut, dann fahren wir mal rein wieder so. 14, dann habe ich gleich keine Fischer mehr, aber was soll. Feature, Feature. Ich habe noch 91 Erwachsene, ne? Ich habe 32 Fischer, Leute. Ich habe 16. 16? An 32 Farmer. Beziehungsweise, äh, ich habe dann gleich, ich habe entweder so oder so, weil ich jetzt gerade das ein bisschen aufteilen muss, da haben ja meine Leute wegsterben. Ich habe ein neuer Trader ist da. Was zacht er denn? Er zacht Steine und Stone Tools. Äh, Gott. Steine und Iron Tools, aber Iron Tools, ich bastle ich mir selber, ganz ehrlich. Ne, dann kannst du gleich wieder abbauen. Tschüss. Tschüss, verpiss dich. Ich brauche ihn nicht. Ja, ist unnötig, ganz ehrlich, so Penner, ey. So, Early Winter. Wie sieht es denn aus mit der Produktion? Bin ich jetzt diesmal im Plus? Kann ich nicht, weil ich früher geharvest habe. Doch, ich bin jetzt immer noch 3.700 im Plus. Ja, ich könnte wieder im Plus sein diesmal. Es könnte sein, dass die Felder was gebracht haben. Ich weiß, dass ich jetzt definitiv dann die Fischer schon mal alle rausnehmen werde. Alles auf die Farmer setzen werde. So. Da ist ein Feld. Da setze ich einen hoch. Und noch einen hoch. So. Und dann setze ich das Feld da oben auch noch einen hoch. So. 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. 5 von 6. 4 von 4. Ja, sollte so klappen. Gut. So, meine liebe Bilder. Mach euch mal bitte erst an die Pasteure hier dran. Ich möchte, dass sie noch heute fertig gebaut werden. Ach, deswegen macht ihr nicht noch mehr Feuerholz. Ihr habt Tausend als Grenze. Ja, ihr seid doch doof. Das macht man 3.000 so. Noch einer ist gestorben. Wieder ein Miner. Ey, Leute, man. Ja, die Miner sind hart im... Ne. Oder auch nicht. Ja, gut, aber wenn die jahrelang Miner knüppeln und ihren Job nicht wechseln, das gibt es nämlich auch. Denn das ist ganz klar, ne. Ja. Ja. Boah, ich hab kein Feuerholz mehr. Was? 90 Erwachsene, 14 Schüler und 31 Kinder. Hey, die Witzker. Wenn die mal alle rauskommen würden, du. Alter, da räumt... Da räumt mein Ding erstmal mein Vendor hier erstmal mein Feuerholz leer. Ich glaub das nicht. Weil mein Trainer war nicht. Und ich volle mich gerade, wo wir keine Feuerholz mehr haben. Ich darf jetzt erstmal wieder alles rausschleppen. Rausschleppen. Entschuldigung. Jetzt kommen wir mit in den Heranergebnis als viel Fixer wieder. Und warte. Und ich warte. Das bald Frühling wird. Ah, ein neuer Erwachsener, Wunderbärtchen. Bärtchen. Ja, Wunderbärtchen, das soll ich immer. Das wird ein neuer Pharma. Job. Nein. So. Ja, ich habe 3000 Essen im Winter plus. Wunderbärtchen. Ach ja. Schön, schön. Werdet mal alle erwachsen, find ich gut. Und werdet bitte ausgebildet, weil ich nachher, ich will nicht nochmal so einen Fehler machen. Welchen Fehler denn? Das ich aus Versehen den, äh, Dings wegnehme, den T-Shirt rausnehme. Ach, jetzt geht das jetzt in der Erwachsenen worden, ja klar. So. Warum habe ich hier eigentlich so eine riesengroße, große Fläche? Okay. Jetzt werden sie lange erwachsen, wunderbar. Heißt, ich kann meine Farmer wieder ein bisschen aufstocken. Weil die Felder müssen voll besetzt sein, damit sie auf jeden Fall auch fertig geerntet werden, weißt du? Ja. Ja, ja, das ist ja das, was ich meinte. Ja, Herr Wilder, dass wir das mit dem Aufstocken, das habe ich erst bei dir erfahren. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Ach so. Du musst gucken, du kannst auch die Windows und alles, kannst du alles explibisch aufstocken. Ja, das hattest du mir, äh, ich habe am Anfang unserer Aufnahme erzählt, dass es geht. Und das wusste ich halt, wie gesagt nicht. Also am Anfang unserer erster oder zweiten Aufnahme. Ja. Ja. Da hat er mir diesen Tipp gegeben und er hat sich so, oh, das geht. Das stimmt ja wirklich, was der erzählt, ne? Nein, darum geht es, es geht aber darum, dass ich jetzt gar nicht wusste, dass es überhaupt geht. So, was ist jetzt hier mit dem Feuerholz? Oh, ich habe die Liste zugemacht. Schlepp mal ein bisschen mehr, hier kriegst du noch einen, der dir ein bisschen hilft. So, jetzt werde ich mal weiter erwachsen. Was, ein Gatherers tot? Was, bitte? Das könnt ihr nicht tun. Komm, Hörbelisten kann ich einen rausnehmen. Warum voll ist das auch noch verreckt? Ja, egal, das ist nicht so wichtig. In welchem Jahr bist du momentan? 27, Frühjahr, Frühling. So, wie viel habe ich denn? Ich habe da unten Schaf, Kuh, Schaf, Kuh. Wie geht es jetzt aus mit meinen verschiedenen Häusern? Und Schaf. Ähm... 45 Familien, 49 Häuser, heißt, die werden noch viele Kinder machen, ne? Die werden noch ein paar Kinder machen, ja. Also, ich brauche noch keinen neuen dazu bauen. Warte mal, wie viel war das, 45 Familien, wie viele Häuser? Äh, warte, 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 nochmal, ähm... Ähm... ...